Möchtet ihr Kinder? Ja, dann habe ich Angst gekriegt, dann habe ich ja angefangen. Schon mal erste Hilfe am Klettersteig leisten müssen. Hallo Christi und Servus zu einem neuen Video. Hallo miteinander. Wir machen heute nochmal ein Frage-and-Antwort-Video, damit ihr euch ein bisschen besser kennenlernt. Wir haben eng Fragen gestellt auf YouTube und auf Instagram und ja, jetzt werden wir die beantworten. Genau, wir gehen die jetzt nach der Reihe durch und schauen mal, was da so dabei ist. Genau. So, dann kommen wir zur ersten Frage und zwar. Bin recht neuer Follower, gerne eine kleine Vorstellung, wer ihr seid. Okay, dann fangst du mal auf. Genau, also ich bin die Niki. Ich bin der Fahri, 30 Jahre. Ich bin 29 und genau, wir machen eigentlich YouTube seit 2020. Genau, Anfang Corona haben wir da angefangen, da habe ich mir erste Actioncam gekauft und dann einfach mal ins Kaisergebirge rauf und das erste Video aufgenommen. Am Anfang haben wir auch noch viel Bowler-Videos, da haben wir noch mehr gebohlen und geklettert. Da war das unser Hauptfokus und dann ist es irgendwie so geschifftet in Richtung Klettersteig, Wandern, Hochtouren. Bergsteig, ja. Also Bowler-Netz gar nicht mehr. Ja, also außer im Winter dann in der Halle. Genau, aber Videos machen wir kaum mehr. Genau, so viel zu uns. So, nächste Frage. Ist bei uns auch schon Schnee? Also wir haben heute das Datum 14. September. Genau, man sieht jetzt, wenn man rausschaut, es ist alles bewölkt, alles grau. Aber wir haben schon von einem Bekannten ein Bild bekommen, das ist nicht weit weg von uns und auch nicht so hoch. Genau, auf gut 800 Höhenmeter würde ich sagen. Genau. Haben wir Schnee. Also ja, relativ früh, aber wir hoffen, dass er noch weg geht, dass wir noch ein oder zwei Bergtouren gehen können. Na ja, schauen wir mal, wie sind es die Saison vollzeitig beendet und die Übergangszeit ist immer schwierig. So viele Videos machen, was macht man da noch? Nächste Frage. Wie geht es euch momentan? Wie geht es denn, Schatz? Mir geht es ganz gut momentan, muss ich sagen. Mir geht es auch gut. Wir sind jetzt kurz vom Urlaub. Also heute ist Samstag und am Donnerstag fahren wir in Urlaub in die Dolomiten. Natürlich vor dem Urlaub hat man immer ein bisschen den Stress, dass man alles fertig bekommt und sowas. Aber genau, im Großen und Ganzen geht es uns eigentlich ganz gut. Ja. Nächste Frage. Was macht ihr beruflich? Schöne Grüße. Also beruflich bin ich im Controlling. Nein, du bist im Controlling. Ich bin beruflich im Controlling. Okay, beruflich bin ich in der Qualitätssicherung zurzeit. Ich bin aber gelernter Bautechniker, also in der Baubranche war ich auch jahrelang tätig. Genau. Genau, und ich bin aktuell Controllerin, habe mit Buchhaltung angefangen, jetzt arbeite ich im Controlling und ja, haben mich nicht beide mehr oder weniger am Bürojob. Deswegen glaube ich, lieben wir es, den Bergsport, dass wir einfach ein bisschen einen Ausgleich haben zum Sitzen. Zum Sitzen, genau. Welche Klettersteige seid ihr in Südtirol bereits gegangen? In Südtirol, was sind wir da gegangen? Den Striebenfall-Klettersteig. Den Hans Kammerlander-Klettersteig. Ich glaube, das ist unser bestes Video. Batankhovel. Batankhovel, ja, der ist auch super schön. Der ist auch die drei Ziele. Sehr überlaufen. Also wir sind schon einige Klettersteige in Südtirol gegangen. Wir haben zu jedem Klettersteig eigentlich ein Video gemacht. Vielleicht verlinkt sich der Fabio dann in der Videobeschreibung. Genau, wäre auf jeden Fall da. Passt. Gut, schon mal erste Hilfe am Klettersteig leisten müssen? Gott sei Dank noch nie. Nicht nur am Klettersteig, sondern auch noch nie in irgendeiner Bergtour oder Hochtour, wo wir gewesen sind. Ich war als Zivildienst bei der Rettung, also ich habe nur ein bisschen Erfahrung, ich weiß, wie das geht und ja, haben immer ein Erste-Hilfe-Set dabei. Ist ganz wichtig. Genau, pro Rucksack ein Erste-Hilfe-Set. Ja, ansonsten bin ich beim Klettersteig. Man sieht halt dann immer wieder unbeholfene Leute oder sowas. Oder wir haben ja auch schon mal zu jemandem gesagt, dass wir glauben, dass es nicht schlau ist, wenn derjenige den Klettersteig geht und dass er da vor allem abbrechen soll, weil wir gemerkt haben, Ui, der ist sehr unsicher und hat bei den ersten Meter schon ziemlich Angst gehabt. Und der wäre eigentlich von seinen Freunden raufgepusht worden, aber wir haben gesagt, das macht so keinen Sinn. Sowas vielleicht, aber zum Glück nicht. Ui, du bist ja mal beim Alpera, hast dich du beim Fuß aufgeschüttet? Ja, natürlich. Wir haben schon mal gehabt, also einige Verletzungen, also Schürfwunden oder einmal beim Skitanken hat sich jemand geschnitten. Solche Sachen haben wir natürlich schon gehabt, aber das waren eher kleinere Sachen. Nichts Dramatisches. Nichts Dramatisches, genau. Nächste Frage, etwas privater. Möchtet ihr Kinder? Ja, wir möchten Kinder. Wir sind jetzt 29 und 30, also wir haben jetzt noch nicht so den Stress für Kinder, aber es steht auf jeden Fall mal am Plan. Genau, müssen wir schauen, wie haben wir da dann das ganze Social Media unter einen Hut bekommen, aber da fällt uns schon ein Weg ein. Genau, also unser Ziel wäre es schon, die Social Media weiterzumachen. Wir haben ja davor noch einige Touren geplant. So im Bergsport muss man ja dann schon vor allem als Frau überlegen, welche Tour möchte man davor noch einmal gehen, weil dann ist einfach die Zeit nicht da, dann sind wir nicht mehr so trainiert. Dann hat einfach das Kind die oberste Priorität. Deswegen sind wir jetzt schon noch beim Schauen, was da vorne alles auf unserer Liste steht. Genau. Ja, nächste Frage, bouldert ihr auch? Bouldern, ja, machen wir schon, besonders jetzt dann in der Übergangszeit oder wenn es schier ist. Schlecht Wetter. Schlecht Wetter. Ja, haben wir früher mehrere gemacht, also eben die Anfänge kommen ja vom Bouldern. Bei uns klettern eher weniger jetzt zur Zeit. Ja, wir haben immer so Phasen eigentlich, wir machen eigentlich das, auf was wir Spaß haben und so unter der Woche im Winter gehen wir ein, zwei Mal die Woche in die Halle bouldern, manchmal ein bisschen klettern. Ist auf jeden Fall auch ein gutes Training, da braucht man einen ganzen Körper, gute Kraft trainieren und halt die Koordination von Händen und Füßen ist auch ganz wichtig im Bergsport. Und ja, auf jeden Fall ein gutes Training. Ja, habt ihr dieses Jahr keine Hochtouren geplant oder gemacht? Dieses Jahr, wir hätten schon mal geplant gehabt. Die Spaghetti Tour in der Schweiz. Die Spaghetti Tour, ja. Aber es ist da nicht zustande gekommen. Nein. Also ja, geplant. Da braucht man dann mehrere Tage frei und das Wetter muss passen, die Bedingungen müssen passen, bei den Hütten muss was frei sein. Also das ist einfach nicht zustande gekommen. Genau, vielleicht macht man im Winter noch Skihochtouren. Im Frühjahr dann. Oder im Frühjahr dann, genau. Aber jetzt die Saison ist wahrscheinlich nichts mehr mit Hochtouren. Nächste Frage wieder etwas privater. Wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt. Ja, eigentlich hat man sich schon so gekannt, weil wir ja im gleichen Dorf aufgewachsen sind und in der Schule halt, da war ich ja jünger und ja, man hat sich schon gekannt. Und dann haben wir den gleichen Freundeskreis gehabt. Ja, genau. Und dann hat das eine zum anderen geführt. So ist es. Genau. Genau, dann haben wir noch eine Frage von YouTube. Welcher ist euer Lieblingsberg im Wilden Kreis oder habt ihr schon mal bei einer Tour umdrehen müssen? Bei einer Tour umdrehen müssen, ja. Das war auch eine von den ersten Touren. Es war eine Skitour und das war eher direkt vor unserer Haustür sozusagen. Ziemlich schwer, ziemlich steil. Und ja, die Niki darf da jetzt weiter erläutern, was passiert ist. Ja, was ist passiert? Das ist so eine steile Rinne und da sind wir rauf. Ich habe dann Reini und Fabi, die sind dann ein bisschen vorher stehen geblieben, die haben dann noch irgendwas geredet. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was. Ich glaube, für das Video haben wir noch was aufgenommen. Diskursal, ja. Ich bin dann weitergegangen, weil ich mir gedacht habe, ich gehe jetzt ganz gemütlich weiter, dann muss ich mich nicht stressen. und dann habe ich irgendwie Angst gekriegt. Dann war es eben ziemlich steil, dann hätte ich eine Spitzkehre machen müssen, dann war es aber auch ziemlich eisig. Ja, dann habe ich Angst gekriegt, dann habe ich Reino angefangen, dann haben sie mich halten müssen. Also das waren drei Meter entfernt, so quasi. Und ja, dann habe ich auch volle Zittern angefangen und sowas. Und wir haben dann geschaut, dass wir noch ein Stück weiter gehen, dass wir einen sicheren Standplatz haben. Genau, ich glaube, wir haben damals noch keine Steigeisen gehabt. Genau, das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, dass wir einen Hochtouren groß machen können, weil so eine steilen Rinne, die was eisig sind, wenn man da einfach ein Eisbickel und Steigeisen dabei hat, dann kann man in solchen Situationen anders reagieren. Dann kann man Steigeisen noch anziehen, hat einen besseren Halt. Und so haben wir eigentlich gesagt, dass wir hochtouren. anfangen. Also alles Schlechte hat auch was Gutes. Und ein Jahr drauf sind wir dann die Tour gegangen und es hat funktioniert. Genau. Und noch zum Lieblingsberg im Wilden Kreiser. Bei mir ist der Lieblingsberg, ja, der Elmarer Halt. Also die größte Spitze im Wilden Kreiser. Ja, da waren wir jetzt schon am öftesten oben. Genau, da gibt es verschiedene Wege rauf, alle Wege sind was anderes interessant, abwechslungsreich. Ist für jeden was dabei, ja? Genau. Krümie so anschließen. So, dann noch eine Frage, was sind eure Hobbys abseits von Klettern und Wandern? Bouldern ist auch fast wie Klettern. Ja, also ich gehe noch gerne laufen, mache ein bisschen Kraftspiel, lesen, wir machen auch ganz gerne Spieleabende. Ich tue ab und zu zocken mit dem Computer, mit Freunden. Und wir haben ja mal im Sommer angefangen Kite zu surfen, da sind wir dann ein Gardasee gefahren und haben da so Kruse gemacht. Aber das haben wir dann wieder lassen, weil wir haben in der Nähe nicht so richtig einen See, wo man das machen kann. Da muss man dann auch wieder eine Stunde fahren. Und ja. Sonst am Sommer noch ein bisschen Volleyball spielen am Abend, aber das ist auch noch so hobbymäßig. So, dann noch eine Frage von YouTube. Wie kann man als Anfänger Bergwandern trainieren ohne Berge und was machen wir uns, um uns fit zu halten? Ja, also Nummer eins würde ich sagen, ist einmal so die Grundlagenausdauer. Die kann man eigentlich ganz gut entweder mit Radfahren, Laufen, Steppen, wie auch immer, dann in der Natur oder im Fitnessstudio trainieren. Dann, was vielleicht nicht schlecht wäre, im Fitnessstudio sowas wie Stairmaster. Also da dürfen wir dann auch so Treppen steigen oder allgemein immer die Treppen nehmen, an der Starten Lift nehmen. Und vielleicht habt ihr ja irgendwo in der Nähe Hügel, damit es ja einfach bei den Hügel ein bisschen laufend geht oder sowas. Und eben auch Bouldern oder Klettern, das schadet nie eben für die Koordination von Hand und Fuß. Braucht man halt echt Trittsicherheit und wenn es ja was gehen wollt, und was ich als Anfänger nicht empfehlen würde, wo man gleich klettern muss, aber schadet auf jeden Fall nicht. Mit einem leichten Berg-der-Hufang oder Wanderung, das ist dann immer so kategorisiert mit blau, rot, schwarz. Oder vielleicht geht es ja auch zu einem Verein dazu, sowas wie Alpenverein. Da könnt ihr dann auch geführte Wanderungen machen oder sowas. Wie halten wir uns fit? Ja, haben wir ja eh schon auch gesagt, eben mit einfach Laufen gehen, so Training mit YouTube-Videos, zum Beispiel von Sascha Huber macht man ja ab und zu mal. Ja, also wir schauen, dass wir eigentlich am Wochenende gehen, dann gehen wir immer bergter, dann schauen wir, dass wir, oder ich besser gesagt, der Fabian nicht, weil er hat ein bisschen mehr Konditionen wie ich, zwei bis drei Mal die Woche laufen, einmal bis zweimal Krafttraining und dann halt noch was wir so Spaßspurt machen, wie Volleyballspielen und Bouldern. Und was dann natürlich auch ein wichtiges Thema ist, ist die Ernährung. Also wir schauen, dass wir uns ausgewogen ernähren, dass wir uns frisch ernähren. Also wir kochen eigentlich täglich selber und schauen, dass wir eine gute Proteinzufuhr haben. Nächste Frage, wie findet man am besten einen Partner für Hochtouren oder Bergtouren? Ja, auf jeden Fall die erste Ansprechpartner sind da die Vereine, Alpenvereine, österreichischer, deutscher Alpenverein, Naturfreunde. Naturfreunde, da gibt es einige, wo man sich mal informieren kann. Und da gibt es eben auch geführte Hochtouren, wenn man sich nicht so ganz auskennt. Und da gibt man dann auch mit Leuten mit und vielleicht kann man sich da connecten. Oder es gibt auch bei Facebook so Gruppen, zum Beispiel Skitourengruppe, Hochtourengruppe. Da kann man auch mal reinschreiben, wenn man eine Tour geplant hat. Und wir haben einmal einen Zuschauer getroffen an der Ortenalm und der hat uns erzählt von so einer App, ich glaube, Gemeinsam Erlebener heißt die. Und da hat er gesagt, ja, kommen von überall her und er schreibt dann einfach rein, er geht am Samstag auf den Alpenklettersteig und da kann jeder, was will, kann dann da sagen, ja, ich bin dabei, ich gehe auch mit. Und da waren die halt so eine Gruppe von zehn Leuten und das ist vielleicht auch ein guter Typ. Ja, genau. Wie sieht unsere Sportroutine aus? Ich glaube, das haben wir eh schon gesagt, welche Gipfelduhr war körperlich die anstrengendste? Die körperlich anstrengendste war eigentlich der Kaisermarsch, aber die ist eigentlich nur, weil es auf Wettbewerb war. Aber so. Ich glaube, ziemlich anstrengend war der Hochkönig, der Klettersteig, weil da der Abstieg auch ziemlich lang war. Mhm. Haben wir auch zehn, elf Stunden oder so gebraucht. Ja. Großglockner war jetzt nicht so. Großglockner war viele Höhenmeter, aber unter zwei Tagen. Das war sehr ausgesetzt, man hat sich sehr konzentrieren müssen. War anstrengend, aber man war dann auch einfach nicht körperlich so fertig. Und man hat auch da, der Taubenhorn-Klettersteig, der ist auch ziemlich lang. Wir haben davor dann unseren ersten 4000er das Lugginghorn gemacht und genau darauf folgend dann den Taubenhorn-Klettersteig. Gleich dafür wieder auf. Ja, der war auch ziemlich anstrengend. Ja, da haben wir auch zu wenig Wasser dabei gehabt und sowas. Das war auch eine harte Tour. Habt ihr ein Haus oder eine Wohnung? Wir haben bei meinem Elternhaus haben wir uns eine Wohnung ausgebaut, also wir haben aufgestockt. Da wohnen wir jetzt drinnen. Genau. Was sind eure großen Bergziele? Also für mich wäre ein ganz großes, tolles Bergziel das Matterhorn. Wie, wann, ob wir es machen, weiß ich jetzt nicht. Da gehört schon viel Vorbereitung dazu, außer wir machen es mit einem Bergführer. Aber weil wir ja aktuell nicht so im Hochtouren-Game drinnen sind. Ja, das ist auch so phasenweise. Genau. Da können wir dann wieder mehr auf sowas schauen. Aber ich glaube, so Mont Blanc wäre auch ein toller Gipfel. Ja, genau. Oder natürlich einmal Himalaya-Gebirge oder sowas. Das wäre schon auch ein Highlight. Was sollte man als Anfänger beim Klettersteig unbedingt beachten? Als Anfänger erstens mal die Ausrüstung muss stimmen. Du musst die wohlfühlen, du musst die auskennen, wie du den Klettergurt anziehst, wie die Karabiner funktionieren, eine Sicherheitsschlinge mitnehmen. Dann eben darauf achten, dass man immer schön einen Karabiner nach dem anderen umhängt. Dass man nie ohne Sicherung ist. Genau. Dass man langsam anfängt. Also fangst mit A, B an. Schaut mal, wie ihr mit ausgesetzten Stellen umgeht, ob ihr Höhenangst habt oder nicht. Also oft sind dann trainierte Leute vom Fitnessstudio, meinen dann, sie haben ja die Kraft und sie können den Klettersteig einfach gehen, aber es ist nochmal ganz was anderes. Also ich würde mich einfach langsam herantasten. Vielleicht auch irgendwelche Kurse mit den Alpenvereinen oder so gehen oder schon mit Leuten, die Erfahrung haben. So langsam einfach herantasten, damit man dann auch den Spaß nicht verliert. Keine Frage, aber ich finde eure Videos und Content super. Toll, ihr seid so sympathisch. Danke dir für. Danke ebenfalls. Danke schön. Schon mal gedacht, dass ihr zu weit gegangen seid und Angst um euer Leben hattet. Es war auf jeden Fall so kleine Tellen drinnen. Das war bei mir beim Kopftörlgrat. Im Nachhinein ist es keine schwere Stelle gewesen, aber es war einfach ziemlich ausgesetzt. Da war schon bei mir der Spaß vorbei. Da habe ich dann den Kopf schon abgespielt. gehabt, scheiße, jetzt müssen wir die Bergrettung rufen, aber dann ist die Nicke eingesprungen. Genau. Also das ist auch immer ganz gut, dass man sich einfach auf seinen Partner verlassen kann, dass man seinen Turnpartner kennt. Ich habe ja immer mal, vor allem bei so quergängigen Kletterpassagen oder sowas, Angst, dann muss mich der Fabi runterholen, so wie er ihn runterholen müssen. Und wenn der andere dann Angst hat, dann muss einfach der andere Bart, der starke Bart sein und der muss dann einspringen. Also in dem Fall, wenn dann ich vorstieg gegangen und habe das dann einfach gemacht und dann haben wir die Stelle auch bewunden gehabt, dann ist er weitergegangen. Also man muss halt dann einfach auf seinen Partner eingehen. Ruhe bewahren. Genau. Dass wir zu weit gegangen sind, nein, ich würde das mir zugute rechnen. Also ich glaube halt einfach, dass wir nicht zu weit gehen, weil ich halt, also ich schaue ja auch, dass man, oder ich drosselt unsere Berg dann eher runter. Also ich glaube, wenn jetzt nur du und der Reine unterwegs wären, wäre es vielleicht, dass ihr eh einmal was gehen würdet, was schwieriger wäre. Aber so mit mir, aber so mit mir, aber so weit gehen, nein, sind wir jetzt halt nicht da. Also natürlich eben, wir sind einmal umgekehrt oder sowas, aber wir haben nur das gemacht, was wir uns auch immer zutrauen. Natürlich habe ich auch Kletterstärke gemacht mit EF, wo ich aber eigentlich weiß, ich schaffe es körperlich, aber mein Kopf setzt dann einfach in der EF-Stelle aus. Ich brauche halt dann für so eine Stelle, wo der Farbe in zwei Minuten durch ist, brauche ich halt meine 15, 20 Minuten dafür. Aber das ist jetzt nichts Gefährliches, weil ich weiß, ich schaffe es von der Kraft her. Ich muss halt dann einfach Step by Step gehen, immer wieder Pause machen, immer wieder mit mir selber reden, dass ich schaffe. Aber generell machen wir eigentlich Leute, die es um uns auch sicher sind. Weil jetzt in letzter Zeit hört man immer wieder, dass Leute abstürzen und jedes Jahr überall in Klettersteige oder auf Skitouren von einer Lawine erfasst. Und ja, da schauen wir schon und rufen uns das immer wieder in den Kopf, dass das halt echt lebensgefährlich sein kann. Und versuchen halt das Risiko zu minimieren. Wie lange wandert ihr schon? Angefangen als Kind halt noch früher mit den Eltern, der Pubertät als Jugendlicher habe ich dann eigentlich gar nichts mehr gemacht, so bis 19, 20, dann eigentlich wieder so langsam angefangen. Ja, bei mir eigentlich ähnlich, also natürlich immer ein bisschen wandern gegangen, aber dann so wirklich Richtung Bergsteigen haben wir dann eigentlich zu zweit bei 16, 17 angefangen. So, dann kommen wir mal schön langsam zum Ende. Die letzte Frage und zwar, was kann man machen, wenn man beinahe ein Bergunglück hatte und die Angst überwinden möchte? Ja, da haben wir eh eine Expertin da sitzen, oder? Okay. Ich habe auch oft Angst gehabt. Ich habe auch oft Angst gehabt, vor dem Klettersteig zu gehen. Ich habe mir ein Sprunggelenk einmal gebrochen gehabt und dann war ich auch beim Bergabgehen immer ein bisschen unsicher oder beim Skitouren gehen. Also, ja, ich habe schon auch viel mit meiner Angst zum Kämpfen. Was kann ich als Tipps sagen? Also, als erstes Mal sich langsam wieder herantasten, sich nicht überstürzen, sich nicht mit Leuten vergleichen, mit denen, was man sich nicht vergleichen kann, sich nicht in irgendwelche Situationen drängen lassen, also immer auf sich selber hören. Natürlich muss man sich schon manchmal ein bisschen überwinden, alles in einem bestimmten Rahmen halt. Also, natürlich, wenn ich jetzt Angst habe, damit ich die Angst überwinde, muss ich mich auch in Situationen bringen, dass ich die Angst überwinden kann. Aber halt alles im Maß und Ziel. Vielleicht auch mit dem Partner reden, dass er, also dass der Partner einen versteht, dass man sich da nicht dann in Situationen drängen lässt oder sowas, dass man halt einfach respektvoll und rücksichtvoll miteinander umgeht. Aber einfach auf sich selber hören und langsam muffeln. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und halt nur das machen, was einem Spaß macht. Das war es jetzt eigentlich mit unserer Fragerunde. Wir hoffen, Ihnen hat es gefallen. Ja, wenn ihr sowas öfter sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Also, hat eigentlich ganz viel Spaß gemacht, oder? Ja, genau. Ist einmal was anderes. Und auf Instagram machen wir ja öfters eine Fragerunden. Also, das heißt, die haben vielleicht ein bisschen einen größeren Einblick, was unser Privatleben oder sowas betrifft. Also, wir hintersehen es, ja. Genau. Ja, genau. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, lasst es uns auch in die Kommentare wissen. Wir haben auch einige Fragen bezüglich der Ausrüstung bekommen. Das würde jetzt aber den Rahmen ein bisschen sprengen. Wir haben auch schon einige Ausrüstungsvideos gemacht. Ja, schaut es da einfach bei den Videos von den Ausrüstungen vorbei. Da haben wir eigentlich, die sind noch ziemlich aktuell. Wir wünschen uns noch einen schönen Sonntag. Genau. Und das nächste Video wird dann von den Dolomiten sein. Hoffentlich. Je nachdem, wo viel Schnee liegt oder nicht. Genau. Und wie immer, würde uns freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Servus.